Hallo zu mir, ich bin Luana, ich bin im zweiten Lehrjahr als Fachfrau Betreuung mit Kindern. In diesem Video will ich euch zeigen, was unsere Skills sind, wie unser Alltag aussieht und wie alles zu unserer Arbeit gehört. Ein Vorteil an diesem Beruf ist, dass man viele neue Erfahrungen mit Kindern sammelt und dass man immer viel Spass hat und einen abwechslungsreichen Alltag. Ich am allerliebsten mache, sind Gesellschaftsspiele oder Ausflüge mit den Kindern. Dort haben sie alle mega viel Spass daran und man kann einfach jedem eine Freude machen. Bei diesem Beruf ist es sehr wichtig, dass man viel Humor hat und auch viel Geduld und auf gar keinen Fall irgendwelche Berührungsängste.